Dann geht's los jetzt. Hallo und guten Morgen. Einen wunderschönen guten Tag. Da ist die Jessie und da die Sarah. Wir haben es jetzt 5 Uhr morgens. Es ist 5 Uhr 22 und wir verabschieden jetzt mit Lisa und mit Erik. Hallo Erik, hast du was dagegen, bei YouTube zu stehen? Zu spät. Das ist Heinz-Dieter aus Köln. Hallo Heinz-Dieter. So, eigentliches Thema, wir verabschieden jetzt Jessie und Sarah. Die fahren jetzt nach Hause. YouTube. Und das ist so traurig. YouTube. Please. Jetzt sind sie weg. Jetzt ist obertraurig. Lilly auch. Ach ja, und die Bahnfenster, ne? Ja. Einmal drüber gewischt. Ja. Aber warte, sieh. Ich bin so geil und schmeiß das Taschentuch ins Glas. Und nun? Kommen wir nach Kürlitz mit der RB60. Meinst du? Heinz-Dieter aus Köln. Aus Köln. Und du warst die Gertrude, oder? Ich bin die Leli, ist mein Channel. Schade, mich kennen sie alle. Scheiße. Peter 2, Gertrude. Okay, wir müssen jetzt aber nicht hier sitzen bleiben, oder? Nee, ich muss erst mal auf Kürlisch rum. Tja, das eigentliche Thema des Videos ist ja jetzt vorbei. Und jetzt können wir alle... Meine Videos sind meistens so um die 10 Minuten lang. Jetzt können wir eigentlich eine gute Nacht wünschen. Also ist es jetzt sinnlos, wenn du irgendwas köln, oder? Oder einen guten Morgen. Oder was gibt's noch? Wie auch immer, wir waren übrigens heute schon an der Elbe. Wir waren an der Elbe, Lilly war Depri, dann wieder gut drauf, dann wieder kurz angepisst und dann im Endeffekt okay drauf. Bin mir unsicher. So was kann die Lisa auch? Was ist noch passiert? Ich war shoppen, hab mir nichts gekauft. Und das möchte festgehalten werden. Ja, wir merken, was ist noch passiert, was ist noch passiert. Wir waren an der Elbe, Lilly. Möchtest du zum Beispiel deinen Kaffeefleck auf dem Video festhalten? Der muss zu sehen sein. Mein Kaffeefleck. Ja. Auf der Hose. Ja, Mann, auch hier ist zum Beispiel auch Dreck an. Was meinst du, was die ganzen Flecken hier auf dem... Ja, Lilly hat Kaffee gekocht heute. Und ja, betrunken bin ich wieder nie. Wir waren ja zu erwarten. Ich auch nicht, nur kurz angetrunken, wenn es wieder nüchtern. Ich bin heißer, aber dafür hat Eric den Sinn. Heinz Dieter. Er möchte nicht bei YouTube erscheinen. Wer? Heinz Dieter. Ich meine ja nicht den Eric, ich meine den Eric mit dem... Ja, ja, ja. Heinz Dieter. Mensch, Robert. Ich bin noch nicht Robert, ich bin Hilde. Achso, wie ist Hilde. Olaf. Hildegard. Olaf Hildegard. So wie auch immer, mein Akku muss noch halten. Ciao, ciao, war schön mit euch.